So Leute, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Stadion, zu den Giants gegen die Lions ins MadLife Stadion nach New Jersey. Dafür müssen wir jetzt erstmal gleich mit dem Bus fahren und dann gucken wir uns das Ganze vor Ort mal an. So, wir sitzen jetzt im Bus und jetzt geht es erstmal zum Spiel. Mal gucken wie lange es dauert und dann geht es da hoffentlich ab. Wir sitzen jetzt auf unseren Plätzen. Ich habe mir jetzt hier noch einen Cap geholt mit einem fetten Pin noch dran. Und ja, jetzt warten wir auf den Start des Spiels. Ich habe mich nicht schon ein Becker fix. Das war's. 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 Das war's.